das ist so gut okay dann ist es bei mir nun also ich habe gerade im linken haupt aufs gehört weil die nur als info links haupt und dabei aus oder von der jahre auch gar nicht sehen ich habe jemanden sehen unten untergeschossen hinterm haupt auf der straße da hat mich jemand hat die mauer eingerissen und ich lag unten drunter ich gehe jetzt mal komplett hier alles abchecken nach vornberg unten ich bin jetzt unten auf der straße ich mache die linke seite von unserer base aus auf dem scheiß jetzt rein zu b los sonst haben wir wieder b nix mehr dann klicken wir wieder aus ja dann geht ihr drei schon mal hoppa mini geh auch schon mal mit aber bringt schon wieder gegen uns die hocken noch irgendwo ja ich hab sie alle beide na also oh da ist noch einer und ihr schlupft noch was auch die hocken ganz oben ganz oben von unserer base aus dem linkes haus weil die ähm mini bleibt drück mini bleibt drück achtung die kommen schon hier bei b a rausgelaufen links auf jeden fall einer wo es nur im kartenhaus sind noch jemand sitzen oben ist immer noch bei a rum das gibt es doch gar nicht oben ist klinik oben ist leer wir sitzen vorne oben da kommen sie Achtung boah sorry wenn ich den anderen messern will er mich das ist ja unglaublich doch dafür knallt mich sein kumpel nach oben ja ne jawohl plastic man alter falter eine granate mal langer gang anscheinend auch hinter uns nein da ist einer ey schon wieder mit der M320 hey mann so ein penner am haupteingang gleich rechts wenn du jetzt reinläufst sitzt einer drin im Eck Ah, Mann, oh Mann, oh Mann. Boah, das sind mehrere scheiße Thais Mutter. Wo denn? Haupteingang. Also nicht der linke von unserer Base aus. Nicht da, Nero. Einmal Eingang zur großen Metro. Alter! Alter, wo kamen bis die vier plötzlich? Aber auf den hinter dir hat man halt drauf. Na, ist weg. Lass mich liegen, lass mich liegen, lass mich liegen, geh weg. What the fuck? Sag doch mal. Alter, der Bulldog, ey. Ich dachte, ihr habt den langen Gang im Blick. Nein, null. Aber ich weiß nicht, wo der herkam. Plötzlich war der da. Aus dem langen Gang? Eieiei, Karumba. Eieiei, Karumba. So, muss ich nochmal einen Schluck aus meinem Drink nehmen und dann gehen wir den... Echt von mir ist einer. Ups, was hab ich jetzt gemacht? Mini gekillt? Nicht gekillt, Mutter, nicht sonst. Ja, du bist schuld, Mini, irgendwie. Du bist mir vor den Lauf gesprungen. Dankeschön. Schöne, Bönen. Immer den Tux dabei. Juhu, fat lad. Mini, du bist schon wieder total strange noise, kommst du gerade wieder, Mini, ne? Ja. Juhu, endlich Mutтобau. Ich verstehe keinen Ton, was du sagst, Alter. Ha, 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 ha. Das hört sich sehr lustig an, Alter. Ich verstehe trotzdem nichts. Giulio, Stimmodulator, ja. Ich schaue es dir morgen mal bei YouTube an, okay? Den leck, den leck, der reit muss drauf. Hör einfach auf zu reden, es verstehe dazu kein Mensch. Ja, ist läuft. B blinkt, die sitzen ja unter der Rolltreppe wahrscheinlich. Ne, ne, ein kleines bisschen. Versteht ihr den Mini? Nö. Na gut. Hab ich gehört, wo ich bin's. Vielleicht die Rolltreppe. Von der B, vorne. Ja, mach ich. Ihr Buben, mein Bier ist leer und meine Frau wird ins Bett. Und 700 Tickets mach ich eh nicht so mit. Ja, ich auch nicht. Das ist mir zu beruf. Au. Ja, ich bin auch raus. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Mini, brumm noch mal was zum Abschied. Ja, also... Ich muss jetzt dann auch mal los, weil ich muss jetzt unseren Sergeant holen und ich werde dann aber noch mal erscheinen. Also falls du dann noch da bist, Kreis, ich bin bereit. Ja. Also, ich bin da hin. Dann einen schönen Abend noch. In jedem Fall. Bis dann. Tschö. Tschö. So. Also es kann sein, dass bei euch gleich Skype weg ist, weil ich werde nämlich jetzt dann auch auflegen. Ja, wer ist denn noch da? Ich bin Mini. Den hatten einen. Ja, okay. Dann machen wir neue, neue Dings auf. Dann ist Mini vielleicht wieder verständlich. Alles klar. Also dann würde ich sagen, so bis in einer halben Stunde. Ja, genau. Bis dann. Bis dann. Ciao. 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 So, mal schauen. Nein, geht nicht ran, der Mini. Das Einsatz zählt und ein Geruch. Ich bin da. Ich bin... Oh, jetzt bist du ja verständlich. Jetzt zu mir. Ja. Wird auch noch kommen? Oder... Ah, jetzt bin ich geplatzt? Ja, jetzt sind ja alle drei weg. Achso, jetzt sind alle raus. Ja. Okay. Oder soll ich... Weil deins ist voll. Und meins ist voll, dann komm ich rüber. Was ist denn da? Da ist ja auch zu meinen. Oh, von wo? Na, von der Rolltreppeaufgang. Normale, rein. Habe ich aber. Nein, jetzt ist der gute Ralf wieder. Jetzt kann man wenig gespawnen. Ach Gott. Bist du gleich im Tod gespawnt? Oder hast du es überlebt? Na klar habe ich es überlebt, weil ich bei dir gespawnt bin, Ralf. Ja, aber in diesem Moment bin ich gestorben. Bei dir ist alles cool. Bis keine Sekunde zu früh ist es. So, jetzt setzen wir mich hier in die Ecke. Gucken wir, wo man die Rolltreppe hochkommt. Da steht auch nicht. Ah, der Taichi, der Humo. Mist, 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 Mist. Ja, ich spiele die Runde auf jeden Fall. Na, der Dan hat ja eigentlich auch gemeint, dass man das mal geht. Und dann? Oh, ach, der Sniper da an der Rolltreppe. Hinter B, ganz links liegt der unteren Plastikman. So, jetzt kommen wir noch langsam vor. Ach, wo bin ich denn hier schon wieder? Da bin ich gar nicht hin. Ach ne, doch, eigentlich war das drittige Rolltrip. Da bin ich da. Wie viele sind das eigentlich genau am Server? Oh, ja, sind wir voll. Was ist denn da? Nein, alter, da gibt es einen Taichi und einen Taichi Mutar. Das bringt den ganz sicher. Ich kann nicht leider da vorne sitzen. Nein, 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 nein. Hast du dich in Todesmutiger. Autsch, aber da kannst du dich renovieren. Wollen schnell weg. Wo geh man denn da jetzt hin? Ich bin echt vollständig aufgehoben. Da, hinter mir ist einer hoch, oder? Nein, doch nicht. die leute sterben aber der kann auch direkt neben dir gestorben ja das stimmt da kommt einer hochgelaufen mit der rotz der schrotze jawohl aber ich habe nur noch wohl den täglichen auch da auch was mit was für einer waffe spiel ich hier eigentlich wollte ja eigentlich deswegen bin ich so schlecht den ganzen abend nur deswegen und warum ist die hier nicht eingestellt da wollte gerade ansehend einen durch warum habe ich mir kein bisschen getroffen und er ist nicht es ist halt nicht auch schon beim aufgang hinterher und da kommen und in dem in dem seiten da kommen so viele erinnert die unerder entdeckte noch um in der ab dem aufgang war fast da kann er auch um an deren durch rechte seite Ne, da... Kartenhäuschen ist er jetzt. Hat er in einer Art nicht gesehen? Der hat ihn auch erwischt. Hat er ja. Ich hab leider nicht aufgepasst. Ich hab nicht gesehen, dass er nach hinten geschossen hat, aber nicht ob... Ja, auf der Karte hat man nicht gesehen. Vorne links am... Ach. Da läuft das Treppenaufgang runter. Oder ist er im Langgang? Entschuldigung. Das ist... Unten? Ja, ich bin gestorben, ja. Unten. Ja, ich hab nur einen bekommen, den anderen hat mich... Der Ninja geht auf jeden Fall gut ab. Den hätten wir auch nicht gesehen. Ah ja, da... Da liegen sie zu dritt, sitzen sie da rum und warten drauf, dass du unterkommst. So, jetzt muss ich mir ja... Ey, warum hab ich auf meiner Waffe hier kein... Kein Objektiv drauf angewandt? Das ist ja... Auf ne Visierung. Tatsächlich... Rotpunkt ist hier... Frontgriff. Schwerer Lauf. Jetzt geht's ab. Jetzt raus, das führt von hinten auf. Ich bin auch positiv. Das gibt's nicht. Kann ich mich reanimieren, der Kumpel? Schlechter Kumpel. Meine... Statistik leider da runter lassen. Unter deinem Kumpel? Ja. Granatschirm. Warte auf, ich hab da gerade eine Granat drunter gebrochen. Sprengstoff vernichtet. Was machen die Säcke da unten mit dem Sprengstoff? Legen. Legen. Klemmos oder was da hin? Jupp. Alter labernet, SKS da unten liegt alles voll. Aber die versuchen nicht. Der gute, alter, der Reanimateur. Die sitzen aber nur links. Das gibt's nicht. Treppenaufgang, Achtung. Geh mal nach links. Da kommt der Teichimuta. Da liegt nur noch ein Rad 64% rein. Ach, jetzt ist er ein langer Gang rein. Auch, jetzt muss er es wieder umstellen. Ach, jetzt sind sie hinter B jetzt schon. Jetzt geht mal gleich auf die Fresse. Na ja, hinter dem, hinter dem, beim Aufgang da schon. Boah, ja, die sind noch schon hier. Alter, scheiße, 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 scheiße. Teamkill, Mann ey. Ich bin nur noch 12 Kills im Plus. Das geht jetzt ab. Ach, der liegt ja, ey, scheiße. Direkt hinter B, Achtung, rechts steht einer. Ja, der R, Ops. Der hat mich gerade vorher weggeschossen. Der Rom, Ops. Der Rom, Ops. Der Rom, Ops. Alter, der Shadow, 122 zu 64. Ich muss ja schon einmal hinter B, äh, hinter, hinter dem Tropfen. Oh, das ist ja gerade so aus auf der Vendor. Ah, Rolltrip ist dann noch hochgegangen. Der ist rechts hinter B gelaufen. Ja, ich sehe deine Leiche da vorne liegen. Aber jetzt ist jeder so über das Feldlaufen. Ne, ne, du müsstest so eine Schussreanimation haben. Ja, genau. Du bist recht. Mit C4? Wie hat denn der mich mit C4 gekillt? Ist da oben einer bei B rumgesprungen oder was? Weiß nicht, ob der, ob der Glitch, der Madhul. Oder ob der, der gerade, ob der gerade vorbeigerandet ist, kann auch sein. Und keiner hat nichts sehen. Wie macht der hier Kills? Hä? Und runter, ja. Ja, kill mich ruhig. Ah, Mann, ey. Mach du ruhig. Der rotzt da. L-Gang geht's auch gerade ab. Also, aber du bist auf der anderen Seite, glaube ich, ne? Hey, hier ist dein Medikator. Nochmal, ich bin jetzt wieder mit so viel Kalkland. Ja, der, ach, da ist nur noch ein langen Gang durch. Na, wiederbeleben. Bist du tot, nee? Nee, nee, äh, ich hab ihn gebeten. Du bist sowieso. Da, zwei dieser Kalkland Was ist eineница Was ist eine Glaus Bist du Bist du